Ja, hallo, ich bin die Heide Dechsling. Ja, Corona hat mir viel vermasselt dieses Jahr, weil ich eigentlich ständig in Urlaub fahren wollte. Und das geht ja nun leider nicht. Aber Gott sei Dank habe ich noch eine Tochter in der Eifel und da kann ich ab und zu mal hinfahren. So, ich wohne seit über 50 Jahren in Nippes, bin in meiner Kirchengemeinde sehr verbunden, war 35 Jahre Pressbitterin, hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe da gerne auch für gearbeitet. Im Chor bin ich noch. Leider haben wir im Moment keine Proben und kein Konzert. Also wie gesagt, muss man schon sehen, dass man so über den Tag kommt. Aber ich verliere den Mut nicht. Ich mache mir immer was Schönes zu essen oder ich mache jeden Tag irgendwas, was mich freut. Und dann kriege ich auch keine Depressionen, hoffe ich.